Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, echt jetzt mal? Kein Witz? Kein Witz Darum haben sie ihr vertraut Ich hab einen Auftrag, ist wie ein bezahlter Urlaub Diplomaten-Kennzeichen, mit Notfall einfach ran machen Du willst, dass ich Blickfang spiele? Ihr zwei bildet das perfekte Paar Aber warum? Ist die Scheidung vollzogen? Haben sie sie verraten Paul, bist du noch dran? Mallory Die Barcelona-Sache ging schief Tun sie was Entweder du sagst mir jetzt, warum du mich verraten hast Oder in zehn Minuten, wenn du meine Hände an deiner Kehle spürst Sie sollten im Wohnzimmer des Vaters stehen Und ihm erzählen, dass seine Tochter einen Mann halbblütig erschossen hat Halt die Augen offen Ich hab seit deiner Geburt kein Auge mehr zugemacht Im März Kopf runter Wird die Suche nach der Wahrheit Muss ich nervös werden? Ich ruf sie an Was wissen Sie eigentlich von ihr? Sie war bei den Marines Was sie macht, tut sie nicht ohne Grund Zu ihrer gefährlichsten Mission Sie ist eine öffentliche Gefahr Was hast du getan? Das, wozu ich beauftragt wurde Sollten Sie jetzt nicht telefonieren, damit die Hilfe schicken? Hey, Wire Ich würde auch fliehen Ich würde auch fliehen